Viele Fotobegeisterte wissen vielleicht nicht, dass das Drucken von Fotos eigentlich ganz einfach ist. Mein Drucker ist Liene. Er benötigt keine Tinte. Ich muss nur das Farbband einlegen und das Fotopapier einlegen. Sie können Fotos auswählen und auf ihrem Mobiltelefon ausdrucken, was viel bequemer ist, als zum Drucken hinauszugehen. Der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, dass es die Sublimationsdrucktechnologie verwendet, die eine sehr hohe Farbwiedergabe und eine gute Textur nach der Reinigung aufweist und das Foto automatisch mit einer Folie abgedeckt wird, sodass es lange aufbewahrt werden kann. Es gibt viele schöne Dinge im Leben, die es wert sind, aufgezeichnet zu werden, seien es wichtige Menschen oder heilende Landschaften.